Wir sind Studierende an der Uni Ulm. Natürlich beginnen wir unseren Tag an der höchsten Straßenbahnhaltstelle Deutschlands. Wir sind Studierende an der Uni Ulm. Natürlich wissen wir, dass die orangenen Tisch und Stühle an der Cafeteria echte Designklassiker sind. Wir sind Studierende an der Uni Ulm. Natürlich sehen wir jeden Tag viele bekannte Kunstwerke. Wir sind Studierende der Uni Ulm. Natürlich können wir quer durch die Uni laufen, ohne einmal nach draußen zu müssen. Wir sind Studierende an der Uni Ulm. Natürlich haben wir genauso viele Baustellen wie in der Stadt. Wir sind Studierende der Uni Ulm. Natürlich lernen wir gern mit der Aussicht auf GJRM. Wir sind Studierende der Uni Ulm. Natürlich haben wir uns im ersten Semester nicht auf Ebene 1 getraut. Wir sind Studierende der Uni Ulm. Natürlich kennen wir die Telefonnummer der Windhafen.